Dieses Museum ist eines der wichtigsten kulturellen Zentren des Landes und beherbergt eine der größten Sammlungen von vietnamesischer Kunst. Das Museum wurde im Jahr 1966 gegründet und zeigt eine breite Palette von Kunstwerken, von traditionellen Skulpturen und Gemälden bis hin zu modernen Kunstwerken. Die Suche können hier vietnamesische Kunst und Kultur hautnah erleben und mehr über die Geschichte und Entwicklung der Kunst in Vietnam erfahren. Die Sammlung des Museums umfasst Werke von einigen der bekanntesten vietnamesischen Künstler, darunter Muyen Yat-Chi und Bui Song Phai. Besucher können auch an Führungen und Workshops teilnehmen, um mehr über die Kunst Vietnams zu erfahren.